... Ach du Heilige, was ist das denn für eine hässliche Mette? Es ist ja mal echt hässlich hier, sorry, aber selbst für TTT ist das... Meine Pisten ist grün! Eigentlich spielt sie auch in der Nacht. Ja, wo sind denn die ganzen Orks? Oh, hast du gesehen, wie episch diese Tür aufgegangen ist? Nee, nee, aber, also, andersrum. Es gibt diese Map in verschiedenen Varianten. Es gibt die einmal als TTT-Map, es gibt die als Tag-Map und als Nacht-Map. So, aber nur in der TTT-Variante ist sie halt überhaupt... Oh. Oh, wow. Nur in der TTT-Variante können wir sie halt spielen, weil dann auch Waffen spawnen. Oh, die Türen sind ja mal echt lang. Guck mal, die sind diese... Nein, die Tür... Die Tür ist schnell. Wow. Die Türen sind ethisch. Hallo Elfe. Hallo. Hallo Elfe. Oh, geil, ich hab den Weikeller gefunden. Ich weiß nicht mal, wo ich hier reinkomme. Erstmal bis Elpen. Nur hier wird geschossen. Typisch Hobbit, immer gleich erst mal Wein trinken. Da hat jemand die Mauer gesprengt. Hi. Nein, im Ernst. Nein, die Ochse sind durch. Die Ochse sind durch. Ach du Scheiße. Rettet euch nach innen. Jeder für sich selber. Ja, jeder für sich selber. Au, au, arsch. Äh, irgendwer ist grad... Und der Sepp hat nen Bumerang nach mir geschmissen, den ich jetzt habe. Schieß doch mit ganz anderen Sachen nach dir. Okay, Bomberding ist tot. Hm. Wer schießt da? Das buggt hier gerade rum. Puh. Die Tür geht nicht auf. Der buggt hier gerade einer. Ich hab grad irgendwie mal diesen... diesen Regenbogen. Verlitter. Hi, just me. Oh, hi. Hi, gut, scheiß drauf. Elfe, ähm, wir killen dich. Ähm. Ich bin innocent. Ja, wissen wir. Ich bin grad... Ich seh's doch, Mensch. Ich... Ach, Mann. Ach, du... Du hast doch vorher gehört, dass der... ...Doraka gesagt hat. Ähm, dass ich mit ihm nach... ...dass ich mit ihm nach Bumerang werf. Genau. Nee, andersrum. Und dann hab ich gesagt... Ich hab's nicht richtig wahrgenommen. Ach. Sehr viel geile Musik. Weiß nicht, vielleicht nennt sich diese Musik, äh, Thrill-Up. Ich wollte grad sagen, und dann fliegt sie über die Mauer, ey. Wie cool. Wie cool, guck mal. In den Tod, yeah. Waren nur noch die Traitor übrig, ne? Ja. Ja, wichtig. Ich hab die Mauer gestrengt. Ich hab die Mauer den runtergefallen. Ja, ich bin runtergefallen. Sehr geil. Wow. Klassischer Mauer. Wo bin ich denn jetzt? Ich hasse die Map. Scheiße. Scheiße. Guck mal, diese Texturen... Diese Texturenvielfalt auf der Tür ist. Ich weiß nicht mal... Man weiß gar nicht, ob das überhaupt ne Tür ist, weil's so hässlich ist. Geh mal weg. Nee. Geh mal weg. Nee, du hast weggehen. Nein. Ah, jetzt gibt's ja noch Preparium. Ein Glück. Ähm, komm ich jetzt hier wieder hin? Ach, das ist gar kein Wasser. Ich dachte, das wäre Wasser. Das hier sah aus wie Wasser. Was denn? Das ist für ne Tür hier. Ach, da ist Wasser. Hi. Geh mal. Was ne komische Map. Diese Map ist... Gumm, ähm... Interessant. Drücken wir's so aus. Ah. Erste Linie ist erstmal hässlich. Oh. Wer pumpt denn da diese blöden Fässer weg? Nein. Hey, da war ne Waffe. Ich will jetzt gar nicht Waffe. Pass auf die Fässer auf. Die Traitor benutzen die Fässer. Pass auf. Ähm, Dorakar ist hier. Das können wir hier sein. Das ist gerade mal einfach so an mir vorbei gelaufen. Alles klar. Ja, trotzdem. Ja. Ich hab keine Waffe. Ja. Ja. Da kann man nur rüber, wenn Aragorn einen wirft. Das stimmt auch wieder. Okay. Hier ist noch ne Waffe. Da. Danke. Bitte. Bitte. Hilfe verfolgt mich. Ja. Come on. Really? Ja. Wird geschossen. Das war ich. Ich wollte schauen, ob man die Fackeln wenigstens töten kann. Aber ne. Nicht, weil das kann man halt. Oh. Wer pumpt denn hier? Ich hab keine einzige Waffe gefunden. Ach doch. Ich hab eine da. Irgendwie sammle ich dir manchmal Waffen auf und hab dann doch keine. Du kannst ja auch die Twitter-Waffen switchen, mein Guter. Warst du schon bei den Fässern da hinten? Also bei den Weinfässern meine ich nicht. Ach so. Ja, da war ich schon. Willst du mich da jetzt hinlocken? Ne, ne. Ich wollte nur wissen, ob du sie gesehen hast. Weil du bist ja vorhin runtergefallen. Das ist eigentlich für eine wunderschöne, nicht grafisch verarbeitete Tür. Ja, generell ist hier alles irgendwie so nicht grafisch verarbeitet. Der Sonnenuntergang ist schön. Nein. Ja. Relativ. Wenn man diese gelb-grünen... Wenn man diese gelb-grünen Berge da mal außer Acht lässt, dann ist der Rest okay. Ja, wenn man, wenn man die komplette Map außer Acht lässt, dann ist sie auch doch schön. Was ich am geilsten finde, ist, dass sich das überall spiegeln und jeder helle Sonnenbrillen anhat, dann sieht das echt fancy aus. Ja. Hallo Volkart. Hallo Volkart. Nur ich. Mhm. Warum machst du denn hier alleine in dem Raum? Weil ich mich auf den Thron gesetzt habe und gewartet habe. Aber es kam keiner. Wie man reinkommt. Wie man reinkommt. Deine. Voll ätzend. Kann man dir dann trauen? Elf! Elf ist bei mir. Ja, ich denke schon, dass man mir trauen kann. Ausnahmsweise mal. Elf kotzt über die Wand. Komm, ich war mit dem mit. Ach. Ja, komm mal mit da. Wenn ich sterbe, ihr wisst, Dudakar... Wo bist du denn runtergefallen? Wo bist du denn runtergefallen eben? Das ist ja eine Nicht-Jibs, ich weiß, dass Dudakar dich tötest. Wenn ich nichts mehr sage, dann hat mich Dudakar erledigt. Ihr wisst Bescheid. Beantworte doch mal meine Frage, wo bist du denn runtergefallen? Irgendwo hier bin ich einfach so runter gehüpft und habe mir gedacht, komm, das klappt schon. Und dann bin ich... Ach so. Durch so eine Schießscharte? Ja, nee, irgendwie. Ah, guck mal, da ist diese tolle Brücke. Wo kann ich... Hier müsste man... Warte mal. Interesting. Oh geil, da ist eine Shotgun! Hey, ich will die haben! Da muss man... Hey, die kommen mir nicht raus! Ich will! Nein! Nein, ich will! Man kann diese Leitern aufstellen, schau mal! Was? Schau mal! Warte, ich komm grad nicht raus! Ich stell grad die Leiter auf! Warte... Warum mit dem Magnetostick oder was? Der was? Oh, wow! Schau mal, die dann auch hochlaufen können? Sehr geil! Ach... So, Leiter steht... So, wie funktioniert diese Waffe? Ich versteh das. Komm mal da hoch! Die Leiter fällt wieder um! Und Leiter fällt! Oh, nee! Warte! Ich... Wenn du mich jetzt erschießt... Doraka! Was denn? Ich wollte dir grad helfen! Nein, ich hab nicht geschossen! Wollte dir helfen? Drückst du einfach nur dagegen oder drückst du ihn oder irgendwas? Ja, einfach nur weh! Wenn du mich jetzt tötest, ne? Bin ich echt beleidigt! Da! Kann man da jetzt hoch? Nee! Warte! Duckjump oder so? Kill me! Doch! Ich darf ja gar nicht drehen! Ich bin tot! Ob man die Bombe da hinten nehmen kann, um den... um da durch den Wald zu laufen? Da hinten liegt ne Bombe! Hallo Elfe! Hallo! Äh... Oh, das... Warte mal! Warte mal! Ah! Ah! Das funktioniert! Ähm... Bombi tanz ganz lustig! Okay! Sepp, lebst du noch? Gut! Er ist tot! Dam 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 dam! Vor allem, wer treibt jetzt so davon? Sepp, lebst du noch? Ich mag deine Lache nicht, oder Ka? Gefällt mir die Tür gerade lassen! Warum? Ich spiele gerade ein bisschen mit der Leiche vom Bombe jetzt! Mhm! Ja, doch! Hä? Die Tür geht nicht auf! Es gibt auch Türen, da musst du gegenlaufen! Ah! Schade! Ist einfach nur... Ähm... Hä? War hier das nicht eben kaputt? I'm scared! War die kaputt? Ja, das... Die Mauer war doch eben kaputt, oder nicht? Bei der ersten Runde, ja? Die kann man... Ja, aber... Als Traitor kann man die sprengen! Ja, aber wie denn? Ich habe sie gesprengt! Mit den Fässern? Nein! Achso! Es gibt einen Knopf, damit kann man sie sprengen! Aha! Ja! Kein Knopf! Okay, in der Hand! Auch nicht! Wird auch klar, ich habe auf eine Hand gedrückt und dann ist sie geplatzt! Mhm! Ja! Au! Wer läuft denn unten rum? Draußen! Ich? So! Just me? Mhm! Was kann ich gegen euch zwei tun? Gar nix? Ach, sehr schade! Wieso explodieren die jetzt nicht? Scheiße! Au! Ah, jetzt? Ui! Hihihi! Das sieht ja schön aus! Cool! Also... Ist jetzt nicht... Kommt man jetzt ja auch irgendwie wieder... Toll! Ich mag euch zwei nicht, ne? Ja, ich mag die auch nicht! Weiß ich! Warum? Warum denn nicht? Brut auf Gegenseitigkeit! What? Dann ist ja schön! Wo bist du denn? Geplatzt! Ich glaub dir kein Wort! Just me, komm raus, komm raus, wo immer du bist! Come out, come out, wherever you are! Schade! 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 Wo warst du? Du Ratten! Im Turm! Geil, beide mit Michael Jackson gechiltet! Ihr miesen Ratten! Ich war's doch gar nicht! Wie funktioniert die Waffe? Leute! Ich würd ja wissen wie die Waffe funktioniert! Diese Michael Jackson Waffe, was tut die genau? Die lässt dich tanzen! Ja und dann sterben automatisch oder was? Genau! Du kannst dich dann halt nicht bewegen! Super, also passiert nichts! Also es ist praktisch, du bist sofort tot! Auf dieser Map tun auch Feuerweh! Okay! Wenn ihr trifft! Erstmal hörst du das nicht noch! Ja, aber dann bist du tot! Definitiv! Und das ist ein Spielshot oder es ist Point-A-Click? Ich! Das ist ein Spielshot wahrscheinlich! Das macht keinen Sinn! Point-A-Click in den Spiel! Du musst schon ganz normal schießen! Okay! Und treffen! Ja, genau! Nein! Ich hab keine Waffen! Das sind keine Waffen! sehr? Okay! Was war das? Wir haben mit der Soddarm weggeklaut! Wie load soll das gelöst werden! Hi Dodocrat! Ich werde jetzt gehen! Wieso denn? Genau deshalb! Ich hab nämlich keine Lust zu tanzen. Yeah! Ich tanze! Ich kann mich nicht bewegen. Wer war's denn schon? Bevor du stirbst. Ist sie schon tot? Yeah, ich hab ne Shotgun. Das war Dodaka bestimmt. Bestimmt. Ich hab keine Waffen, ich will Waffen haben. Hier auf der, ähm, auf der Mauer liegen Waffen. Auf der Mauer. Ich lieg nur ne Shotgun auf der Mauer, wo ich grad bin. Ah! Clever! Ein bisschen overkill. Aber sie tanzt doch. Hier ist er. Was? Bin ich jetzt der Letzte? Schon, ne? Geil. Cool. Jetzt noch mal 6 Minuten, während ich hier campe. Wisst'n du. Ich brauch ne Waffe. Wahrscheinlich, wahrscheinlich in dem Turm. Du brauchst ne Waffe, sag mal. Ich hab keine Waffen. Ich hab nur ne Waffen. Ja. Ist das keine Waffe? Nein. Das ist ein Wummerang. Dann komm runter. Komm her. Oh shit. Der stirbt direkt. Ist auch okay. Okay. Stirb halt nicht, wenn wir wollen. Was war das denn? Zwei Waffen auf einmal? Das ist gemein. Ich hab die Entfernung getroffen. Ich wollte sie auch eigentlich vorher, bevor er überhaupt den getroffen hat, abschießen. Aber... Das wär zu geil gewesen. Dann mit dem RPG einfach in den Rücken geschlossen. Ich hätte nicht gedacht, dass die Waffe so... So ein Radius hat. So weit treffen kann. So, hier ist immer noch nicht. Ich hab nur ne Pistole. Ne grüne Pistole. Ja. Ich vertrau euch. Vor allem jetzt ist es auch nicht mehr. Ach, wieso? Dann haben wir dich getötet. Wir vertrauen niemanden hier. Ich werde ständig getötet heute. Was auch passiert? Dann spielst du das falsche Spiel und nicht getötet werden. Nee, ich bin mal Traitor, weißt du? Dann werde ich durch irgendwelche blöden Scheißsachen gekillt. Zum Beispiel so ein verdammtes Portal. Was voll blödes. Wer schießt da? Ich hab ein blödes Portal, was voll blödes. Ja. Ja. Ein blödes Portal, was voll blödes, weißt du? Ja. Kennst du das, oder? Frau. Ich bin hier. Ich bin hier. Hey. Hey. Dodoka ist bei dir. Kann ich dir vertrauen? Ja. Klar, mir kannst du immer trauen. Ich hab nur keine Waffe, bis auf diese Pistole hier. Immer gefährlich. Hast du das gehört? Mir kannst du immer trauen. Mhm. Ja, aha. Mhm. Aber nun, wenn wir beide Traitors sind, nicht? Geht nicht mehr. Wo bist du denn? Unten in so einer Schießscharte gefangen. Ich komm schon nicht mehr raus. Aber ich komm echt nicht mehr raus. Die Tür ist echt... Die ist zu. Diese Gottverdammt... Ah, jetzt geht's ja... Ah, ah. Diese Scheiß-Tür, ey. Frag mich einfach nicht. So sieht's aus. Sniper Jackson. Au, au, Feuer auch noch. Oh, hey, ich hab ne Waffe gefunden. Woo! Huggi-Wee! Ah, ach komm... Wo geht's denn hier lang? Krass... Ooy! Was war das? Was war das? die ist ein bisschen komisch ich will die tür aufmachen und durchgehen ich habe gar nichts angestellt ich habe nur gepustet nur gepustet sagte die elfer ganz schön abgenommen wenn man sie so umpustet kommen wir den er auf auf mich zu schießen was wenigstens traiter ja immerhin auf jetzt und warum mache ich das weil ich es kann das war so klar dass das wollten die türen einfach vor meiner nase schließen wird ja gar nicht heute geschlossene gesellschaft so ist das aber die elf habe ich echt nicht umgebracht ich glaube auch nicht dass sie durch das horn ja ich glaube auch nicht dass sie das durch das horn gestorben ist weil ich habe in das horn gepustet eben als der bombardier da war und ist auch nicht weggeflogen hat sich das war nicht der bau war nicht mehr also nein ich hatte das nie erledigt ich dachte schon so hä was geht denn jetzt und sie sagt doch ich kann ihr trauen ja 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 ich kann ihr trauen dieses gesamte spiel mag mich heute nicht das war doch auch verdächtig schon au meine güte hast du dir getan ja die flammen tun weh das ist gut so komisch feuer tut weh nein doch die elf ist wieder auf Rachefeld spürt die macht der Elfen mhm kannst du es mir verübeln mhm naja halloo meine immerhin meine shotgun ich habe schon eine alles gut ok ist das eine shotgun darf ich dich dafür töten nur versuch's ja da geht's schon los ich gehe mal aufhören die tür ständig auf die hallo hast du eine waffe gesehen für mich ich habe noch keine sind sicherlich nicht für mich irgendwo hab ich ein quietsche entchen ein quietsche entchen hi gib mir das quietsche entchen ich hätte gerne das quietsche entchen quietsche entchen halloo sep ok ich möchte leben und frei sein ich bin frei ich bin frei frei wie der wind frei das ist ein fahrer oder was nee guck mal wo ich bin ich bin frei hui legst du mit dem jetpack um nein viel besser und deswegen liebe Kinder nehmt keine Drogen ich nehme keine Drogen du da kam ja er ist eine invisible wall er ist halt call of duty oder was Mensch Schlauchlevel hier ich gehe jetzt hier ganz schnell mal weg bevor sie mich doch noch umbringt ich weiß nicht so wie ich als erster sterben werde heute bring mich jetzt bitte nicht um ausnahmsweise mal ja was geht denn hier boah lol kann das auch springen gut wer da jetzt aus der Ecke kommt der ist traitor aus welcher Ecke aus der Ecke wo gerade was richtig hart hat hier aus dem fenster geguckt ja ich hab aus dem fenster geguckt ja genau Jasmi auch hör damit auf das darfst du nicht das darfst du nicht Hallo Säppich Hi ich möchte hoch gehen boah hör doch auf Mann Alter das geht drauf jetzt es geht schon wieder los yay hab ich dir erlaubt mich ihn abzuschießen hast du dafür für Maps rausgesucht mann man weiß noch was für Spielkittel das war jetzt nicht ersichtlich das war jetzt nicht so ersichtlich das war jetzt nicht so ersichtlich aaaaaaah boah mann er schreckt sich immer so schön das licht ich erschreck mich nicht das nervt mich das scheiß geblatt du hast mich steht hier ja ich steh hier kannst du bitte aufhören da durchzupusten Michael Jackson Waffe in der Hand nein hab ich nicht siehst du da ist ne normale Pistole siehst du jetzt hast du sie in der Hand da hat sich nicht nur normale Pistole ja da ist ne normale Pistole bitteschön ja meine Güte hier hat jemand gute Laune weiss gute Laune irgendwer danst gerade darkness fall across the land the midnight hours close at hand wer hat den gedenst wer hat den gedenst warum sagt denn nie jemand wenn er danst ich hör was ja au verdammtes du warst die Elfe ich hab keine Elfe gesehen ich war doch eben finde ich echt blöde dass da nie gesprochen wird aber echt ich bin da ja du Elfe lebt noch ja ich bin auch noch da ja da muss man jetzt aber auch ehrlich sagen danke dass ich der Duraka äh Elfe Elfe ist bei mir hat nichts gesagt Elfe hat ne Elfe wollte mich zum holy shit ah Elfe und just me so hast du die gerade mit ner mit ner Dings hier au ja und dich auch mit ner Dings hier nein 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 das was du hast du hast Elfe abgeschossen und durch die Wand kam der Blutspritze ich bin da lang gelaufen zack war vor mir der Boden ja das sind halt äh ähm das sind halt Pro Blutspitzer Japan Nightfire wer ich für nach dem Tag gestern ein bisschen Japan ach du warst auf dem Japan Day oder was ich war auf dem Japan Day ich hab übrigens gesagt als ich erst ähm mit dem Tanz betroffen wurde ich bin da 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 Untertitelung des ZDF, 2020